Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Verehrte Gäste! Einen ganzen Morgen lang haben wir jetzt schon über Bundeswehreinsätze und Bundeswehr im Plenum gesprochen. Jetzt endlich rufen wir das Thema Friedens- und Konfliktforschung auf. Stoff genug haben wir offensichtlich. Trotzdem wird die Relevanz dieses Forschungsgebietes durchaus von einigen Kollegen infrage gestellt. Aber unser Antrag sieht das ganz anders. Und gleichzeitig zeigt er auch die Komplexität des Themengebietes. Einige Anmerkungen. Erstens. Friedens- und Konfliktforschung ist vor allen Dingen eins. Interdisziplinär. Wenn sie auch traditionell politikwissenschaftlich geprägt war, umfasst sie jetzt viele Fachgebiete. Jura, Geistes- und Sozialwissenschaften, Theologie, Ethnologie und natürlich auch die Naturwissenschaft. Denken Sie nur an die Rüstungskontrolle. Eine Vielzahl von Disziplinen ist gefragt und ihrer Expertise dringend nötig. Denn die zahlreichen Konflikte überall auf der Welt haben niemals nur eine einzige Ursache. Und entsprechend kann man ihnen sinnvollerweise auch nicht nur mit einem einzigen Ansatz begegnen. Nur auf Militär zu setzen geht nicht. Aber leider gilt, oft genug mit militärischen Mitteln muss man erst bewaffnete Konflikte so weit beenden, dass die Voraussetzungen geschaffen sind für Verhandlungen und weitere Maßnahmen. Erst dann kann man sinnvoll an Aussöhnung arbeiten, rechtsstaatliche Strukturen aufbauen und gute Regierungsführung ermöglichen. In diesen schwierigen Situationen ist jedenfalls eins unbedingt nötig. Klare Analysen, um informierte und kluge politische Entscheidungen treffen zu können. Zweitens. Friedens- und Konfliktforschung befasst sich mit einem breiten Themenfeld. Denn es hat wenig Sinn, zwischen- und innerstaatliche Konflikte als einzelne isolierte thematische Blöcke zu untersuchen. Im Blick nehmen muss man immer ganze Kontexte. Konflikte sind etwa Ursache für Flucht und Vertreibung. Und die Folgen von Flucht und Vertreibung sind oft genug wieder Ursachen für neue Konflikte. Ein Beispiel will ich aufführen. Aktuell fördert zum Beispiel das BMBF ein Verbundprojekt Fluchtforschung und Transfer, das Kenntnisse über Gewaltmigration und Fluchtursachen bündelt. Diese Fluchtforschung bezieht explizit die Auswirkungen von Gewalterfahrungen mit ein. Wir wissen es, sie sind für die Radikalisierung von Menschen oft von zentraler Bedeutung. Es geht in dem Projekt aber auch um die spätere Reintegration von Flüchtlingen. So wird analysiert, wie die Rückkehr von Geflüchteten in ihre Herkunftsländer denn irgendwann einmal gelingen kann, ohne dass dort vor Ort neue Konflikte wieder gleich geschaffen werden. Welche Bedingungen müssen dafür in der Heimat geschaffen werden, welche aber auch in der Zwischenzeit in den Aufnahmeländern? Zunehmend, das wird jetzt schon klar, geht es also auch um Themen, die uns hier in Deutschland direkt betreffen. Es geht um innere Sicherheit und die Bedingungen gesellschaftlichen Friedens hier bei uns. Hochaktuell das Projekt zur Erforschung des Salafismus in Deutschland, das von der Hessischen Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung in den letzten zwei Jahren durchgeführt wurde. Es liefert einen Überblick über das Wissen, das wir über Salafismus bei uns schon haben, aber auch darüber, welche Daten und Erkenntnisse uns denn noch alles fehlen, zum Beispiel über Anwerbepraktiken, um daraus wirkungsvolle Maßnahmen zur Prävention dann auch mal ableiten zu können. Und noch ein Drittes will ich sagen, Akteure der Friedens- und Konfliktforschung sind ebenso vielfältig wie die Disziplinen und die Themen und sie arbeiten aus sehr unterschiedlichen Perspektiven. Schauen wir mal auf die Akteure. Da gibt es das ganze Spektrum von der Universität der Bundeswehr über das Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Uni Hamburg bis hin zum Leibniz-Institut in der Hessischen Stiftung. Wir fördern diese Träger in der ganzen Breite und sollten das so bewusst auch in Zukunft tun. Sei es über die sogenannten Area Studies, die soziale, kulturelle und politische Gegebenheiten für bestimmte Regionen untersuchen. Oder sei es über die Deutsche Stiftung Friedensforschung, die ihrerseits Förderangebote für Dritte ausschreibt. In der Debatte zu unserem Antrag im Forschungsausschuss wurde schon deutlich, dass die Kollegen von der Linken der Deutschen Friedens- und Konfliktforschung gerne pauschal Regierungsnähe unterstellen. Umgekehrt halten einige CDU-CSU-Kollegen von mir die ganze Szene für links unterwandert. Also ich finde, wenn beide Seiten sich aufregen, ist das schon mal kein schlechtes Zeichen. Denn mir ist eine plurale Trägerstruktur in diesem Forschungsfeld besonders wichtig. Wir sollten als Politiker nicht bestimmte Träger bevorzugen oder gar Ergebnisse in Auftrag geben, sondern unsere Aufgabe sollte es sein, einen Rahmen zu setzen, in dem dann die verschiedensten Akteure unabhängig forschen können. Wir haben aber auch durchaus einige sehr konkrete Anliegen. So formuliert unser Antrag, dass wir in Zukunft doch noch einen deutlich verstärkten Wissenstransfer von der Forschung in die Gesellschaft und Politik haben wollen. Im besten Fall liefert die Forschung fundierte Hintergrundinformationen für unsere politischen aktuellen Entscheidungen, liefert unabhängige Bewertungen für die praktische Politik und zeigt neue Handlungsoptionen auf. Und jetzt höre ich schon die Kritiker, die sagen, naja, aber die Forschungsergebnisse kommen doch immer zu spät. Schauen Sie doch mal, wie viele Konflikte Sie nicht verhindern konnten. Und für die Suche nach Lösungen sind Sie nicht verwertbar. Das stimmt so nicht. Vorab will ich mal sagen, Grundlagenforschung hat ihren Sinn auch dann, wenn Ihre Ergebnisse nicht direkt angewendet werden können. Diese Binsenweisheit jeder Wissenschafts- und Forschungspolitik gilt auch für die Friedens- und Konfliktforschung. Doch dann gilt selbstverständlich auch, es gibt Anwendungsnutzen. Das zeigt schon allein die Tatsache, wie oft Expertise von den verschiedenen Ministerien angefordert wird. Ein Beispiel will ich nennen. Das BMZ hat im letzten Jahr erstmals eine Strategie zu Religion und Entwicklung vorgelegt und dazu auf Ergebnisse von Forschungsprojekten zurückgegriffen, die aus dem Hamburger GIGA-Institut kamen. In einem Projekt wird dort die Rolle von Religion in Konflikten untersucht. Und, wichtig dabei, zeigt sich, dass Religion nicht nur etwa oft Ursache für die gewaltsame Eskalation von Konflikten ist, wie ich es oft genug in öffentlichen Debatten höre, sondern auch umgekehrt eine Rolle spielt, wenn es darum geht, Konflikte zu befrieden oder einzudämmen. Ebenso wird dort untersucht, inwiefern Religion positiv nachhaltige Entwicklung in einer Community befördern kann. Hier findet also Forschung begleitend zur Politikentwicklung statt. Das gilt übrigens auch für das schon erwähnte Salafismusprojekt. Forschungsergebnisse wurden nicht nur kommuniziert an die Fachpolitiker, sondern waren auch Inhalt von Kurzfilmen und Blogs. Und diese Kurzfilme gehören seit Mitte 2016 zum Standardlehrmaterial für die Aus- und Weiterbildung von Polizeibeamten in Baden-Württemberg. Das nenne ich mal einen gelungenen Transfer. Trotzdem, in anderen Punkten unseres Antrags fordern wir auch und machen deutlich, wie wichtig es ist, dass es eine Evaluierung, eine unvoreingenommene Evaluierung des gesamten Forschungsfeldes, am besten durch den Wissenschaftsrat, gibt, um einfach da auch noch mal Erkenntnisse zu gewinnen, wie man die Sachen verbessern kann. Und ich bin überzeugt, die Ergebnisse der Evaluierung werden auch Hinweise geben für eine zukünftige auskömmliche Finanzierung dieses Forschungsfeldes. Und zum Schluss nur mit einem Schlagwort noch ein drittes Anliegen. Ich will es nur kurz erwähnen. Es geht uns um internationale Vernetzung und Austausch, auch und gerade für das hier adressierte Feld. Zum Schluss mit unserem Antrag wollen wir der Friedens- und Konfliktforschung die dringend nötigen neuen Impulse geben. Ich bitte Sie, stimmen Sie dafür. Dankeschön. Vielen Dank. Als nächster Redner hat Ralf Lenkert für die Fraktion Die Linke das Wort.